Ne, es hat geheißen, das gleiche wie wir vorher auf Red Shire gehabt haben. Ja. Und da war kein 2684 dabei? Ja, schau ich. Alles gut. Ich dachte, du bist letztes Spiel, gell? Das geht auch. Nein, nein. Ist ja wenigstens keine Katze. Nein, fährst jetzt in der Mitte durch. Oh oh. Spot nicht. Mein Whisky ist leer, jetzt haben wir ein Problem. Mein Weißbier ist leer, das ist viel schlimmer. Ich hätte noch Rum, Jürgen, ich hätte noch Rum zum anbieten. Ja, weißt du, die Flasche steht ungefähr drei Meter hinter mir. Also ich weiß nicht, ob die deffen oder ob wir deffen, oder ob wir deffen. Wir sind deff. Hm, die fahren voll Poliolo hier. Sie haben diesmal keinen Klicker, das ist gut. Gut. Ach, wie du kerst. Ähm. Doppel 277 hier. Wie gesagt, vier. Du gehst auch hier ran. Ähm. 277 hier. 149 hier. Eskongs hier. 279 hier. Leo hier. Aber wir haben keinen Leo. Doch, wir haben einen Leo. Da haben wir. Leo hat auch einen Kaffee. Hier. Alles. So wie immer Kaffee. Ja, fuck. Toxic again. Denk nicht mal dran, mein Freund. Habt ihr das gewonnen? Ja. Übrigens, Aufnahme läuft, jetzt bist du fällig, wenn du auf mich schießt. Alec, was ist das für ein Spot? Boah, das ist ein geiler Schuss, Freunde. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Du musst literally schauen, ob hier was kommt. Kaum läuft die Aufnahme, treff ich. Das ist schon zu weit. Dreamer Bonus. Wir können hier kommen, wir kommen hier liegen. Alles ist gut, alles ist okay. Das Castle ist völlig leer, ich fühl mich so verloren vor. Oh Mann. Warten wir nicht das 279 da letztes Mal? Ja, das liegt da drauf. Ah ja, der braucht ein bisschen länger. Okay Leute, wir machen folgendermaßen. Auf drei Reihen. Welche Seite? Oh scheiße, jetzt hab ich gebet. Ist egal. Ja, wir können split machen. Die Texier, ihr fahrt schon mal los. 279 und Leo Boat. Das Nino? Ne, wir pushen dich mal. Ne, wir pushen nicht. Ist dumm hier rein zu pushen, sie haben alles hier. Da stehen mindestens zwei Striffs bei den Sitter. Ja, 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 ja. Ist egal. Es kommt zusammen. Aber dann EBRM da kommt 279. Du fährst das mal hier ran. Warte mal, bis die auf gleicher Höhe ist. Ich hoffe, man EBR. Nicht alle auf den Light drauf. Sehr gut. Warte, bis die Tanks kommen. Warte, bis die Tanks kommen. Ich mach'n. Versucht jetzt, die Seite hier zu clear. Die Seite hier. Die rechte, die hier. Die hier. Versucht hier auf der Seite, das 279 rausnehmen. Ja, komm jetzt. Weiter. Alter. Alter, komm, lass den SDB machen. Stehen die Generale vor. Weiter, komm. Komm, Fokus zu 77. Nice. Exist 430. Exist 430. Exist 430. Also warte, mach'n 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 mach'n. Fängt ihn jemand? VZ. Exist 430. 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 hier hier geht jetzt einfach hier an mit dem mit ihr habt ihr alle zeit der welt ihr könnt im moment warten bis die da sind nein auch so ein guter tank alles für unser team ist also ich lieb nein nein ist krank geil jeder macht zusammen rein leute drei können captain der rest fährt hier drauf der ebr 140 und ich wir kämpfen einfach so opfert man sich für das team daumen hoch dafür wenn euch das gefallen hat könnt mich auch gerne supporten über paypal nein war nur ein spaß wir sind auf bloody stone drauf jawohl blatt ist du habe ich doch gern jetzt switchen wir auf boom um wird er es noch schaffen es hat gar kein bloody stone ein schnelles gefecht machen jetzt ich hätte schon mal das nächste meint er die gegner zu blocken ich mache mir mal egal wen habe ich geblockt ich selber getötet er ist blau jetzt möchte ich nicht dass wir ihn schiefen wir brauchen keine werfen ja ja vier äh es kommt ein bleibt reicht ähm vier es kommt immer eine art mit eine art ja ähm und dann noch ähm bitte scb wer hat ich muss den mal muten also man hat genau gesehen ne wie ich mich da gewastet hab in dem clan gefecht muss man anders spielen nicht random dann muss man schon mal vorfahren und sich opfern ne also daumen hoch dafür ich schalte mal wieder zu also äh zwei zu gesagt vier bitte äh wer noch hast du mit ja auch noch für oder was du willst stb gut 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 dann bitte äh 440 von dir also ich nehme 264 oder ja und dann doch mehr chris du kannst äh auch einen s-crong nehmen ja äh kann vielleicht noch einer der unteren s-crongs haben mit ja das mache ich gleich fehler pfanz wo sechs acht vier zu 140er oder ein s-t-b äh das reicht so das ist 1 264 ok dann muss auch noch nehmen das reicht so ok, jo willst du ein hill haben? ja oder nein? ja 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 dann nehme ich ein stb gut Würde ich auch nehmen, aber ich habe noch nicht Ich kannte meinen Leid Kommt jetzt Ein schnelles Gefecht hin, vielleicht 5 Minuten Maximal Die ziehen die Zeit aus Echt, denkst du? Ja, sogar bei 3 Sekunden Wenn die da sind Wir haben immer ein nettes Wort für unsere Gegner Die Huren Hallo Leute, ich nehme auf Wir sind ein freundlicher Clan Ja, aber du schneidest ja raus Ja, klar, logisch Das ist ein recht toxisches Spiel, aber ist egal Wir spielen es trotzdem Okay Gut, dann gibt es nur eins Es kommt hier Da gibt es nur eins Wir brauchen einen schnellen Spot hier In der Mitte Die waren 40, die ganzen Mets Die SCBs ziehen hier doch bis hier Je nachdem was hier steht Schatten wir mit den Passort Alle Mets hier Wenn hier die S-Kons stehen oder hier Schatten wir direkt hier rein Direkt Ich glaube mit der A ist dann besser, weil ich hier steht, oder? Du machst mit deinem Leit direkt einen Spot hier Wo wolltest du die 2, 6er? 4 haben? Hier Ah, 1, 2 Okay Da die E3s haben glaube ich nicht aus der Richtung Du ziehst komplett hier doch Warum bin ich wieder der erste, Freunde? Egal Tja Scheiße Die Mets ziehen auch durch, ja? Ja Ja Ich bin offen Die beiden Wir waren erst mal hier Wir waren erst mal hier Okay Wir haben es geschafft SCBs gehen hier ran SCBs gehen hier ran Mein dieu Es kommt hier schaut, dass sie auf das hier erschießen können Die SCBs hier Das steht hier oben Der IS7 kann direkt fahren, aber für uns SCBs Ah, ja, ja Ich treffe Nummer 1H Äh, H1er Jetzt muss es auf hier Ihr schaut einfach, dass hier safe steht Und auf das wir reden können Ein Badger ist noch da gut, STB, ihr jumpt hier rein einfach hier rüber hier safe in die Kuhle wir mit den 140's wir machen es jetzt so wir fahren hier rein und jumpen hier rüber in die Kuhle rein alles klar? die STB ist insoweit zum Farmen sammelt euch hier, bei mir ich bin nicht der erste weil ich hab den Nazischlag noch ja, ich fall also, die stehen alle auf G1 wir jumpen bis hier rein hier einfach ein bisschen tiefer fangen dass sie nicht direkt von denen kassieren jetzt fährst du ja doch vor scheißleid wenn ich direkt hier rein direkt hier rein ich werde so stehen ich werde so stehen Werner, komm, fahr durch schießt direkt auf Neskong der Skong muss direkt fliegen kommt der Type S-Kong, Type 5 ja, Type wir haben schon Farmen können schießt einfach alles, was spottet ist Neskong hier hochfliegen den Tanks hier spottet das reicht nur zum Kettlisten Streezwang, Streezwang oh nice auch Streezwang, ja ja, sehr gut, sehr gut ich kann hier vielleicht nochmal einen Spot machen nee, kann ich nicht wir sollten vielleicht extra hier reinjumpen das Ding hier ja, müssen wir ja, ne, äh, Dings Chris, komm mal mit wir jumpen, wir jumpen hier rein F7 mit Bill in Chief Werner, pass auf wir haben Tanks hier hinten meine Fresse ja, müsst ihr erst mal durchkommen Zeitlicher E3 nehm ich gerne der E3 muss sterben ja, ja, wir sind drauf ist so'n dumm Type 5, hat dann komm, jumpen wir rein, lass' du auch krass da habe ich da in echt sterben er in 100 hat geschossen EBR, du darfst nicht sterben oh, man, die, man, die, man, die die drei mit drei bladdy kann jemand der folgung ist echt um dort ja 3 3 er ist in der selbe total eigentlich lassen wir fahren sollen drei ist one shot haben wir die haben aber wir bauen die hp hier liegen der vk steht auch noch hier ja den haben wir gefunden besser aus bis zuhause schön seitlich maus schön lächeln schöne hin die sieben kann mit party party du musst auf die auf die sieben hier schießen ja ich kann versuchen sie kurz zu pieten man kett den mal ja danke es ist es kommt nicht durch der war zu seitlich ich werde kurz verschwarten bis sie verschwinden und versucht ist wir kriegen es doch wenn es gewinnen habe es ist der vorschuss auf unserer seite solange unser licht lebt ich bin noch eines bist du vorliegen ich weiß die erste also wir können mit den sdps oder ich eben nur über spielen der ebr muss er gute runs machen und wir dürfen auf ihn nicht pieten lassen achtung blöd sport kommt alle dumme das ist nicht so sportlos hier spot wenn du wenn du das spielst wenn die auf dich erschießen wollen also wenn du gut spielst müssen die auf dich pieten ich weiß ich wie gut du spielst e3 zu tief das nicht zu weit nach hinten fahren muss recht hier bleiben so neben vkk welcher turm 268 hier wäre es mit aimer haring betcher steht immer noch hier unten jetzt bewegt er sich die roger kill ihn elektrisch am ausschlicht man schaut vk richtig geil und jetzt kannst du vor roger roger du musst einfach kommen wir durchziehen ja bin drin bin drin jetzt kann man sagt zu machen wenn die konks also kiel und alle cat die können euch nicht spotten hey was sind denn das für pfeifen hey glade du musst einfach aufhalten und spotten wenn die kommen wir haben sie nicht mal angekratzt betcher fokus ja gekettet ich bin nicht ich bin ich finde ich will ich finischen aus das ist geil 24 hat geschossen die runde auf die runde gemacht den sack zu kommen dann rein da macht es sagt zu der nazi ist auf die schweizern ohne auf die schweizung lassen lassen die killen lassen oder zeigen welche krank sind bestraft sie ich bin es ein altraum spritz da rein ja wohl diese runde 6k hat spaß gemacht und wir haben es auf band leute ich wurde wieder mal geopfert wenn ihr noch ein klaren sucht wir brauchen leute für die kampe könnte ich gern bewerben ich habe 65 schaden naja das war okay also richtig gut also die letzte runde die war richtig gut wie viele blind shots habe ich ich bin auch gespannt als ich aus dem gefecht rausgegangen habe ich 5 4 jetzt habe ich 7k ich habe auch 7k ich habe 7 4 spot geil ja so muss das sein nach pokorowka was für 5000 spot ich weiß aber gut das ist das stress wenn man streamt weißt du ja ich also leute haut rein ihr könnt gerne abonnieren bis dann tschau tschau